Jetzt komm! Ich komm! Aufi! Hopp! Oh, es war dunkel! Schnell zurück! Oh nein, ich hab das Weizen zu früh abgebaut! Neeein! Haha! Ich bin schon doof! Zum Kacken! Au! Jod! Au! Dann kriegst du erstmal mit der Hacke! Warte mal, es wird doch jetzt schon wieder dunkel, ne? Ja! Wär's vielleicht nicht so gut, wenn wir jetzt loslaufen! Och doch, ist gut! Ja, da müssen wir ja gegen die ganzen Monster kämpfen! Das ist geil! Los, auf! Auf den Berg! Du willst auf den Berg, ne? Ja, wir klettern erstmal auf den Berg, dann haben wir ja ne super Aussicht! Oder ich hab zumindest ne super Aussicht! Ja, okay, ich hab nur 6 Chunks! Oh, cool! Guck mal, der Baum, der steht richtig gut hier! Naja, der wird ja von... Richtig große Wurzeln! ...tragende Erde! Tragende Erde! Die ich jetzt einfach mal weggemacht hab! Sooo! Boah! Das ist aber ein wunderschöner Zombie! Hier der Wasserfall! Ja! Die können wohl eigentlich hochschwimmen! Auch mal! Echt? Auch total quer hoch? Ja! Du musst bloß aufpassen, dass du nicht ertrinkst! Oh, das ist ja kein Problem! Für so einen Profi wie dich! Haha! Ja! Ich hätte hier ne Schippe mitnehmen sollen! Ich nutze meinen Fahrstuhl! Okay! Scheiße! Ich mach's auch! Aber ich mach das mit poliertem Deroid! Das wird ganz toll! Damit jeder weiß, das ist mein Fahrstuhl! Ich hör da einen Zombie aus dem Inneren! Echt? Ja! Ist gut! Das heißt da drinnen in dem Dungeon ist Gollum! Oh! Ey Golle! Scheiße! Ich dachte ich bin cleverer! Ist es noch? Aber nein! Ich brauch alles nur nicht clever! Hm! Scheiße! Hm! Guck mal! Ich hab dir ein Blümchen mitgebracht! Aha! Mein Held! Jetzt schneit es ja auch noch! Ja, wir sind relativ weit oben, ne? Oh! Guck mal! Hier kommt sogar ne unsichtbare Blockwolke auf uns zu! Die seh ich gar nicht! Ich bin doof! Ja! Guck mal! Das könnte an meinen Grafikeinstellungen liegen! Obwohl ich hab Wolken an! Also ich hab... Ich spiel gar noch auf Standard! Ich eigentlich auch! Wie hoch wir sind? Wie tief das ist? Wir sind jetzt auf Höhe... Hase! Wir sind jetzt auf Höhe... Hase! Hahaha! Wo steht denn die Höhe noch? Auf Höhe 125! 125! Wir sind fast ganz oben! Echt? Ich glaub ich hab nicht so viel eingestellt! Hm! Auch der hinten ist auch schön! Da hinten leuchtet was! Ah! Lava! Oh! Wie findest du nur den kleinen Berg da hinten? Äh... Da wo ich grad drauf zulauf? Ja! Ja! Das sieht aus wie so ne... Wie so ne Festung sieht das aus! Dann lass dir mal checken! So schön quadratisch! Oh nein! Puh! Das war knapp! Glaubst du noch? Ja! Ich hab noch zwei Leben! Komm mal runter! Ja! Komm hier nicht nach! Wollen wir da... Wollen wir da erstmal nach... dahin gehen? Das machen wir! Ey das... Ich find das echt... Toll! Au! Ach! Da bist du schon! Ah! Hier ist ein... Creeper! Oh! Kein Ding! Ah! Ich hab dich geschlagen! Tut mir leid! Warum? Wo ist das? Oh! Das sieht aus wie ein halbes Haus! Das könnte man ausbauen in einem Berghaus! Ja da hinten ist ein Coyote oder ein Wolf oder sowas! Und da unten sind zwei Creeper, eine Spinne, zwei Zombies und ein Skelett... Und ein Hase! Ach! Du wolltest ja nachts losgehen! Das ist aber voll der Abgrund! Erstmal leckerer Pilzzuppe! Ach! Scheiße! Voll der Mega-Abgrund! Willst du nur hin? Ich versuche einen Weg nach unten! Ohne zu sterben! Na lass den direkten Weg kommen! Komm! Hä? Ich brauche uns eine Treppe nach unten! Oh! Ähm! 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 Wir bauen uns hier einfach einen Weg nach unten! Das mache ich gerade! Oh! Und da war der Weg nach unten vorbei! Scheiße! Ja, passt schon! Familie! Hoho! Das war zu gut! Überhaupt nicht laut! Was? Ja! Was? Nein! Nix! Das war ein bisschen lauter gerade! Oh Gott! Ich bin gleich down! Creeper! Zombie! Zombie! Oh Gott! Ich helfe dir! Oh! Jetzt kommt ja der Fight! Der Endfight! Voll platt gemacht! Voll geil! Komm ran! Und hier glitscht ein Enderman mitten durch die Pappa! Jo! Das haben wir super geklärt! Das war sehr gut! War es gezeichnet! Was war das jetzt? Ach ja! Das war der Berg wo wir gekommen sind! Ähm! Kommst du? Jo! Warte! Ich will noch den Hasen mitnehmen! Hallo Hasi! Poyoten greifen die einen an? Ähm! Wenn du die angreifst greifen die dich auch an! Aber du kannst dich auch mit Knochen füttern! Und dann verfolgen die dich! Wenn sie nicht deine Freunde haben! Also du kannst ihn sozusagen ownen! Ah! Ich own dich! Hey komm 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 komm! Komm komm komm! Komm! Hu! Oh! Ich bin... Hahaha! Okay cool! Nice! Gefällt mir! Mhh! Wasser! Ha! Brenner! Hahaha! Oh Gott! Ich rette dich! Kommen die denn alle her? Wir haben Nacht. Was passiert eigentlich, wenn man die ganze Oberfläche mit Fackeln zumacht? Dann dürfte eigentlich nirgendwo mehr Zombies spawnen, oder? Äh, ja. Was machst du da? Ich baue nur ein bisschen die Lava zu, damit man da nicht auszusehen reinfällt. Oh, ich habe mal ein bisschen Kohle ab. Jupp, das war mein Plan. So. Huch. Okay. Okay, los, lass weiter zu unserem Berg. Hast du irgendwie Fleisch aufgesammelt? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, nein. Ich habe gerade mal zwei Haselfleisch. Oh, da haben wir sie schlafen. Also, frottet das Fleisch habe ich noch. Ich sage da, vielleicht mal wieder was essen. Ich mache mir gleich mal die Schafe tot. Da unten sind eine Haufen Kühe. Ich will eigentlich die, ähm, die Wolle von denen haben, damit wir ein Bett bauen können. Ha! Gay! Ach, die Tropfen. Oh, doch, ich habe drei weiße Wolle. Ausgezeichnet. Ich schnapp mir die Kuh da. Ich baue uns mal ein Bettchen. Aber bitte nur eins. Jo. Für uns beide. Da müssen wir uns ja regelmäßig waschen. Nein. Wir werden uns weiterhin nicht waschen. So, wie nerds das machen. Ich seh schon wieder Neujahr. Hortsch. War ja nicht noch irgendwo anders. Ähm, Achtung. Wenn du jetzt da weiter gerade aus... Ich seh keinen, nein. Ah, da hinten ist da. Wenn du weiter gerade ausgehst, dann kommen jetzt gleich zwei Skelette rechts von dir. Und jetzt. Bam! Sehr gut. Aber hier rechts war ja... Oh, oh, oh. Ey, ich muss ja mal hochklettern. Weil hier ist nämlich ein Graben drumherum um diesen Berg. Das ist ja mal geil. Das meintest du mit Festung, ha? Ja, also erst mal meinte ich mal die... Oh, hi. Hi. Oh, creepy. Hallo, creepy. Nein, mach nicht die Festung kaputt. Okay, ja, hier ist eigentlich ganz gut. Cool. Oh, die haben eine schöne Ebene. Da sind vier Kühe. Na, sieh, das war noch... Oh, ja, die Ebene da drüben. Die ist geil. Also da können wir dann auf jeden Fall auch sowas wie eine Farm machen. Weil wenn da auch immer mal Kühe spawnen... Oh Gott. Das klang nach Creeper. Ich hab ja auch Glück gehabt. Er hat mir nicht zu viel abgezogen. Oh, ich bin gleich down. Huch. So, mal. Ich muss mal eben ein rohes Lamm essen. Yum, 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 yum. Oh, die Kühe kommen sogar zu mir. Sie wollen geschlachtet werden. Das ist toll. Oh, hier sind überall Zombies und Creeper. Ah, ah. Hä? Wo ist die andere Kuh? Die ist wieder hoch. Sie hat gesehen, was ich mit ihrem Bruder gemacht habe. Auch nur mit ihrer Schwester. Komm ran. Oh Gott, ey. Du kannst doch nicht das ganze Fleisch nach unten droppen, du blöde Kuh. Also ich frag mich, wo jetzt. Ich mach noch eine Kuh platt. Und dann würde ich sagen, wir können eigentlich verbleiben, verweilen. Ja, wo bist du denn? Also ich bin jetzt hier ganz oben. Ich bin da, wo die Kühe sind. Ich bin da, wo die Kühe sind. Ah, ich seh dich. Okay. Ich überlege gerade. Also was kommt von dem Berg da hinten? Ey, das sieht aber wunderschön aus. Diese Talandschaft ist wie so ein Grand Canyon. Spinnenreiter. Juhu. Was? Ein Spinnenreiter. Ich bin ein Reiter? Ja. Also ein Skelett, was eine Spinne reitet. Ja, ich hab einen Bogen bekommen. Super geil. Nein. Ich hab doch keinen Bogen bekommen. Schade. Ey, guck mal, ich hab Kaninchen. Was kann ich denn damit machen? Schade. Hm. Oh, ich hab dann nochmal eine Kuh geschändet. Oh, hier ist auch gleich ein Messerchen. Das ist drauf. Oh, wo ist jetzt hier unsere Festung? Ich seh die nicht mehr. Ja, ich hab die ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich mein, dieses Plateau hier können wir super bebauen. Das mein ich auch, ja. Die Kühe können wir ja erstmal am Leben lassen. Die würde ich hier am Leben lassen, dann, weil ich glaube, die spawnen nicht mehr. Warte, warte, ich hab einen Zaun. Guck. Aha, damit seid ihr gefangen. Ja, ihr kommt ja nie wieder raus. Okay, cool. Also das hier wird unser Pool. Ja, da bin ich dafür. Ja, so kommt mein Häuschen hin. Oder unser Häuschen. Je nachdem. Ob wir uns dafür entscheiden, ein Haus zu bauen oder kein Haus zu bauen. Äh, zwei Haus, meine ich. Ein Haus oder kein Haus. Wir können auch in einer Höhle wohnen. Oh, guck mal, das ist so voll das Dungeon. So wie die Lustgrotte. Genau hier liegen wir dann mit unseren Schafen. Mit unseren Nutten. Mit unseren Schafen meinst du? Äh, Verzeihung, ja. Mit unseren Nutten Schafen. Oder Schafnutten. So, ein bisschen hier Terraforming betreiben. Terraforming, äh, roh, 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 roh. Ähm. Das war ein hartes Wochenende, ich kann nicht mal richtig reden. So, ich mach hier mal eine Workbench. Und dann mach ich mir jetzt hier mal noch eine coole Steinschaufel. Tja, liebe Leute, ihr könnt übrigens mal, äh, ja, auf Abonnieren drücken. Übrigens. Nö, also bei mich ja, LOMP-Kanter, äh, zu finden als London Grace. Also, das wird jetzt natürlich wahrscheinlich auch dann in der Videobeschreibung irgendwie verlinkt. Äh, den Schnipsel da hinten, den könnt ihr auch abonnieren. Ja. Da macht ihr auch coole Sachen. Da spielt zum Beispiel gerade Minecraft mit, mit irgendjemandem. Höh, höh. Und Facebook-Seite haben wir auch alle beide. Nö, ja. Können wir auch mal auf Gefällt mir drücken, um den anderen Leuten zu zeigen, dass ihr cool seid. Ja, doch, wirklich. Also, wenn das jetzt nicht einschlägig war. Und sagt auch euren Verwandten Bescheid. Brüdern, Schwestern, Tanten. Oma, Opa. Ganz wichtig ist immer die Oma. Sagt Oma, ja, du musst ihn ja liken auf Facebook und abonnieren auf YouTube. Dann sagt die Oma, alles klar, mein Kleiner. Das mach ich, Digger. Sagt dann die Oma. Hahaha.